Halloween Park stammt aus dem Jahre 2023, hat eine Lauflänge von ca. 93 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. Im Original heißt der Film Karussell und stammt aus Schweden, genauso wie The Conference, einen Film, den ich euch bereits auf meinem Kanal im diesjährigen Heuroktober vorgestellt habe. Und heute geht es dann eben um Halloween Park schrägstrich Karussell. In dem Film geht es um ein paar Jugendliche, die eine exklusive Nacht zu Halloween in einem Freizeitpark verbringen dürfen. Dort sollen sie alle Fahrgeschäfte testen und dann natürlich auch darüber berichten. Auf sie aufpassen soll Fiona, die die Leute hier schon kennt, denn die waren zusammen auf der Schule gewesen, doch gingen dann getrennte Wege. Und so kommt es dann, als sie hier die Fahrgeschäfte testen, plötzlich merken, dass sie nicht alleine sind und ein maskierter Axtmörder auf sie wartet. Gleich zu Beginn haben wir hier eine ganz amüsante Szene und auch einen lustigen Spruch. Und das Ganze zieht sich so durch den kompletten Film. Immer wieder kommt dann ein humorvoller Spruch hier, der wird aber sofort trocken rausgehauen, wie man das eben aus anderen skandinavischen Produktionen her kennt. Was sich ebenfalls komplett durch den Film zieht, das ist ein richtig cooler Soundtrack. Wir haben hier zum einen ein paar so elektronische Vibes, die den Film eine gewisse Spritzigkeit verleihen, aber auch das Tempo hier immer vorantreiben, damit es nie langweilig wird. Wir haben einen klassischen Score, auch der hier teilweise richtig brachial von oben nach unten runterkommt und uns fast erdrückt oder gegen die Wand presst. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann wechselt das Ganze auch wieder in so rockige Elemente, also soundtechnisch. Und was die Musik angeht, da wird hier definitiv einiges geboten. Also was wir hier schon mal soundtechnisch auf die Uhren bekommen, das ist schon mal richtig klasse und erst recht klasse, ist natürlich der Freizeitpark, der Freizeitpark in Elisabethberg in Göteborg. Der wurde so schön geschmückt, also der versprüht richtig diesen tollen Halloween Charme und auch Flair. Viele Lichterketten, viele Kürbisse. Wir haben ein Haunted House, da geht es dann auch rein. Da haben wir ein paar Puppen, ein paar Masken, ein paar Spinnweben, also eine richtig tolle, schöne, gruselige Stimmung. Der Freizeitpark selbst ist riesig groß, bietet neben einem typischen Riesenrad natürlich auch noch so ein kleines Karussell, was ein bisschen auch diese Kirmesstimmung hochleben lässt. Also vom Flair her könnte es nicht besser sein und das passt einfach nur perfekt zu Halloween. Der Name ist hier definitiv Programm. Ich bin mir sicher, dass nicht nur ich beim Namen Fiona an Schreck denken muss. Und Schreck lasst nach, denkt sich dann auch unsere Hauptprotagonistin, nachdem die hier bemerkt, was hier gespielt wird, dass sie nicht gut zu sprechen ist auf die Leute, die hier diese Nacht exklusiv im Freizeitpark verbringen dürfen. Das merkt man gleich zu Beginn. Es beruht aber auch auf Gegenseitigkeit, denn irgendwas ist hier in der Vergangenheit vorgefallen. Und was das war, das bekommen wir hier so nach und nach in kurzen Rückblenden spendiert und auch zu sehen. Und das Ganze entwickelt sich dann auch zu einer Art, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Leider gibt es in dem Film keine großen Überraschungen. Auch das Ende kommt für den Genre-Kenner wenig überraschen. Ich denke einmal, nach ein paar Minuten dürfte es schon klar sein, wie er sich hinter dieser Maske verbirgt. Dass hier auch kein Oscar-reifes Drehbuch verfilmt wurde. Das dürfte auch, glaube ich, den meisten Leuten klar sein und dass die schauspielerische Leistung nicht weitergeht oder über solide herausragt. Das dürfte, glaube ich, auch keine große Überraschung sein. Genauso wie das die Charaktere hier am Fließband die falschen Entscheidungen treffen. Und mit Logik darf man bei solchen Filmen sowieso in den meisten Fällen nicht kommen. Das erwarten, glaube ich, aber auch die wenigsten. Was man erwarten kann und was man auf jeden Fall auch erwartet bei einem Slasher-Film, das sind natürlich ein paar blutige und hoffentlich auch ein paar kreative Kills. Und da muss ich sagen, ist der Film dann leider doch eine kleine Enttäuschung. Denn der Schauplatz, dieser riesengroße Freizeitpark, der bietet unendlich viele große, geile, kreative Möglichkeiten, hier ein paar Kills in Szene zu setzen oder dann auch die Opfer, diese Teenies, diese Influencer hier in die Falle tappen zu lassen. Wir haben große Accessoires, kleine Accessoires. Aber leider wird hier nichts genutzt in der Umgebung, um uns mal was zu zeigen, dass wir noch in keinem anderen Horrorfilm gesehen haben. Und das ist dann natürlich schon etwas enttäuschend. Von der Brutalität her ist es, wie die FSK 16 schon vermuten lässt, nicht allzu blutig. Es gibt vielleicht eine Szene, die ist ein bisschen brutaler als die anderen. Aber auch hier bekommt man ansonsten nichts, was man nicht schon woanders gesehen hat. Und das teilweise natürlich auch besser. Halloween Park, oder wie der Originaltitel lautet, Karussell, ist ein typischer Teenie-Horror-Slasher-Film, der leider schon hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, speziell was den Schauplatz angeht. Aber um hier in Halloween-Stimmung zu kommen, ja, und für einen kurzweiligen Abend und Spaß reicht der Film allemal aus. In diesem Sinne soll es das gewesen sein von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.